Wie geht es mit dem Eishockey-Stadion weiter in Kaufbeuren? Das Gebäude ist marode und kann schon bald nicht mehr genutzt werden. Im Bauausschuss sind jetzt verschiedene Varianten diskutiert worden. Welche auch immer kommen wird, eins steht schon fest. Wenn hier weiter Spitzeneishockey gespielt werden soll, wird es teuer. Ich denke, dass wir über eine Investitionsentscheidung hier reden, die eine gewisse Größenordnung erreicht. Die Größenordnung sind 20 Millionen Euro plus minus mindestens 20 Prozent. Damit reden wir über eine Bandbreite zwischen 16 und 24 Millionen Euro, die ein Neubau dieses Stadions kosten wird. Sanierungsvarianten schalten aus unserer Sicht leider aus. Und ich denke, der Bauschuss hat das auch in dieser Form jetzt intensiv diskutiert und zur Kenntnis genommen. Gegen eine Sanierung spricht demnach, dass wichtige Teile nicht mehr zu reparieren sein und neu gebaut werden müssten. Außerdem wäre eine Sanierung Schätzungen zufolge teurer als ein Neubau. Positiv und für mich jetzt auch wirklich überraschend war doch die breite Übereinstimmung durch alle Fraktionen, dass ein Neubau des Stadions befürwortet wird. Und insofern hoffe ich, dass wir das auch nach außen transportieren können, um unseren Fans, um unseren Anhängern wieder den Glauben an den Verein, an den Fortbestand des Vereins vermitteln zu können. Ein Neubau scheint damit die wahrscheinlichste Lösung. Die Frage ist nur, wo. Wir haben zwei verschiedene Varianten als machbar jetzt dargestellt. Die eine sieht einen Neubau am Berliner Platz, am bestehenden Standort vor. Dann, wenn der Stadtrat uns diese Variante umsetzen lässt, dann müssen wir erst 2017 beginnen zu bauen. Wenn wir dagegen in ein Gewerbegebiet gehen, müssen wir 2017 fertig sein. Und sollte sich der Stadtrat für diese Variante entscheiden, dann ist wirklich, ich sage es so salopp, höchste Eisenbahn, dann müssen wir wirklich im Herbst sehr, sehr rasch die ersten Schritte setzen. Aber ich denke, man muss hier einfach in die Zukunft denken und dem Verein auch den Zukunftswert erhalten, letztendlich auch der Stadtkaufbeuern den Zukunftswert erhalten. Und darum wäre mein persönlicher Favorit immer die Variante, neben dem jetzigen Stadion, zwischen dem Fußballplatz und dem jetzigen Stadion, das neue Stadion zu bauen und dort das alte Stadion dann mit einer leichten Halle zu überdachen und eventuell als zweite Eisfläche bestehen zu lassen. Das könnte allerdings aus Platzgründen schwierig werden, so Vertreter des Bauamts. Wenn wir einen Standort im Gewerbegebiet, also quasi auf der grünen Wiese, ins Auge fassen, haben wir natürlich weniger Risiken, denn wir können dort den Baugrund erkunden. Wir haben viel Platz, auch für den Bau selbst, die Baustelleneinrichtungen. Das sind alles Dinge, die am Berliner Platz sehr viel schwieriger sind und natürlich auch zu gewissen Mehrkosten führen. Vorteil des Berliner Platzes, wir haben eine integrierte städtebauliche Lage, wir haben eine gute Lage zum Bahnhof, wir haben eine gute Lage zur Innenstadt und ein Eisstadion, eine solche öffentliche Nutzung ist in der Innenstadt natürlich sehr gut aufgehoben und wenn ich die Diskussion im Bauausschuss richtig verfolgt habe, sehen doch zahlreiche Stadtratsmitglieder das auch so. Trotz der Bedeutung des Themas sind viele Zuschauerplätze bei der öffentlichen Sitzung leer geblieben. Vertreter des ESVK befürchten, dass bei einem möglichen Bürgerentscheid über einen Stadionbau ebenfalls viele Menschen zu Hause bleiben. Es ist ja ganz, ganz schwierig und ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt die ganzen Befürworter dann dahin gehen, sondern eher mehr die Gegner eines Stadions oder vielleicht auch das ESVK oder von anderen Vereinen, denen mal irgendwas abgelehnt worden ist und ich vergleiche das immer mit dem Raucherbegehren, wo ja bekanntlicherweise auch die Nichtraucher hingegangen sind und dann letztendlich dieses Bürgerbegehren gekippt haben und diese Gefahr sehe ich jetzt hier in der Stadiondiskussion auch. Der weitere Zeitplan, im Mai soll über die Finanzierung und Folgekosten gesprochen werden. Dazu gehören beispielsweise Unterhalts- und Personalkosten. Im Juni dann soll entschieden werden, wo das Stadion künftig steht und ob es darüber einen Bürgerentscheid gibt. Der müsste aber spätestens im Herbst stattfinden, sonst drohen unter Umständen Extrakosten für Übergangslösungen.